Team Deathmatch Schnellfeuer XR2, auf gehts Äh, mein Schalldämpfer ist viereckig Ist das normal so? Zeig mal Musst du mal die Auflösung ein bisschen hoch stellen Ja doch, die wird auch gut Ja Zeig, wo bist du? Hinter dir Krasses Pferd Na sollst du noch hässlicheren Ja man, meine ist total hässlich Das ist wie so'n Zäpfchen Alter, ist um raus Direkt zum Einführen Ja man, ungefähr dicht Ach, meine Fresse Wir rushen jetzt hier mit unseren Schallis Darnie, Digga Geh, noch hinten Hä? Spawn-Shift? Ja, gut Hinter uns, hinter uns, hinter uns Jack hinter uns noch mal Oha Noch einer, noch einer, noch einer Wir sind im Haus Oh nein Was war das? Du hast die ausgelöst, du bist schuld Ja, wahrscheinlich Hab ich nicht Äh, dieses, das nicht was ist? Wie heißt das? Kaltblütig? Kaltblütig ist das glaube ich Kaltblütig ist für Binks und Binks Auf bodenbasierte Nein, 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 es gibt extra so'n Nein, wie kann denn das sein? Da waren überall Teammates um mich rum, von wo ich erschossen wurde Oha Danke Oh, hinter uns Wie viel? Boah Was war das für'n Versuch? Ich schalte den Verrock bei dem, muss ich sagen Bei wem? Bei der 48 Duretke Hilfe, da ist einer Über links Ich warte auf dich Ich warte auf dich Wisste? Schalte den Fall Batz, batz Drohnen her Oh nein Ach Gott, diese Scheiß von dir Block nicht Block nicht Wo ist er? Schon unten, oder? Schon wieder alles weg, ihr tötet schon wieder alles Ganz ehrlich, ich mein Anilator Oh, oh, ich hab fünffach Kill gemacht Was? Was war das? Boah, Alter, das sind fünf Mann Ey, mit einem Schuss, oder was? Boah, ich hab nie voll gezingelt, Alter Mit fünf Schüssen Mit sechs, glaub ich Oh, das ist so geil mit dem Schalldämpfer Du kannst einfach mitten im Spawn alles wegmachen und keiner weiß, wo du bist Das ist so gut Ich weiß, wo du bist Ich muss auch sechs Kills damit machen Das heißt, wenn ich schon fünf hab, ist äh Am nächsten Mal muss ich noch einen machen Flietsch Voll in den Kopf rein Also nach Adam Riese hast du recht, ja Ah! It's won, it's won! Ich hab mal Zerberus gemacht Danke, Zerberus Oh, ich hab jetzt mal weggeholt Ey, das ist, ich hab einen Gnadenbaum Ey, wie viel ist so gut? Richtig Idee, ey Was? Schall dem was geil, ne? Geht voll los Du kannst halt einfach alles wegracken Weil keiner weiß, wo du bist In dem Spiel spielen hab ich das Gefühl, alle nur nach Map Gucken alle nur auf die Karte, wo ein roter Punkt ist Jaaaa Du sagst mal rushen wie blöd Jaaaa Du sagst mal rushen wie blöd Boah, hinter uns Boah, danke Boah, danke Alter, Platz Nix gemacht Boah, da kommt wieder einer Ich war's Oha, markiert Sichtpolst, Sichtpolst Auch nicht, bin tot Der ist aber One-Shot Na, er hat nichts Gut, dass ich meinen Inhalator nicht ausgepackt hab Wo sind die? Jaaaa Nahtor ist einfacher zu sein Oh, dann klaut der mir den Kill Du kleines Mistkind Ähm, selber muss, kannst du bitte aufhören Ich muss noch einen Analyteabschluss machen Der hat mich recht 70 Nein Ha, ha, ha Loll Der wurde in drei Jaaaa Jaaaa, ich hab ihn Wenn er zählt Nein, ich krieg noch Vorräte, ich krieg bestimmt jetzt Geist Da oben ist er weg Nein Da ist los Da komm ich grad gar nicht drauf drauf Ja Mikrofon Mikrof Das war doch normal Jaaaa Wo soll ich hin, wo soll ich hin, wo soll ich hin, wo soll ich hin Telefonmasch ist der Typ doch Ich muss nicht wollen, ah da ist er, da ist er Oben rechts im Gange haben sie grad alle drei die Fritten gezündet, die Spasten Naja Die Fritten gezündet Olli 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 scheiß Du hörst halt dreimal diesen Sound, da wie die da gleich mit den Griffithy Spikes reinspringen wollen Olli Das war doch mal die G-Packen, da Das war die G-Packen, da Das war die G-Packen, da ist er in der Reihe das Problem für mich, wo soll ich hin, 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 wo soll ich hin und wo soll ich hin, wo soll ich hin. Vielen Dank.